Verantwortungsbewusster, reifer und wissbegieriger Schüler mit diversen wirtschaftlichen Skills, der bereits neben der Schule Praxisluft schnuppert. Hallo, mein Name ist Felix Seidel. Aktuell besuche ich die fünfte Klasse der Handelsakademie Plus ermöglichen. Heute möchte ich euch einen typischen Tag in meinem Leben zeigen. Vormittags bin ich eigentlich immer in der Schule und versuche dort bestmögliche Leistungen zu erbringen. Besonders interessieren mich immer die praktischen Anwendungsfelder des gelernten Stoffs. Deswegen fahre ich gleich nach der Schule zu Palace Capital, eine Investmentbank in der alten Börse in Wien, die sich einerseits auf Unternehmenszu- und Verkäufe als auch auf Immobilien spezialisiert hat. Zu meinen Aufgaben zählt unter anderem Investorenansprache, Marktresearch oder auch Unterlagenerstellung. Ich habe schon unglaublich viel über die Branche lernen dürfen und bin sehr dankbar für die Chance. Felix Seidel unterstützt uns seit mittlerweile eineinhalb Jahren. Sehr erfolgreich ist M&A Junior Analyst bei Palace Capital Corporate Solutions. Wir freuen uns sehr, dass er Teil unseres Teams ist. Er hat auch schon bei zahlreichen M&A Transaktionen erfolgreich mitgearbeitet und hat da insbesondere durch seine strukturierte Arbeitsweise und seine Maturität herausgestochen. Meistens bin ich bis circa sechs oder sieben im Büro und anschließend gehe ich noch ins Fitnessstudio trainieren. Nach meinem Training muss ich dann noch lernen und meine Hausaufgaben machen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in mein Leben geben.